Ah, jetzt geht's ab. So, jetzt seht ihr, wie er den Arm da rein tut? Ja. Na, da ist der zweite auch drin. Und jetzt holt er sich die erste Sardine raus. Die zweite auch. So, jetzt muss er ihn auch richtig rauskriegen. So, und jetzt? Ja, die erste. Wie sieht's aus? Die erste ist drin. Ruhig mal drücken. Ja, die erste ist schon draußen. Die zweite auch. Damit ist es fertig. So schnell geht das. Die ganze Zeit rumgespielt. Auf einmal zack, alles weg. So, Piraten. Einmal an, zu mir angetreten. Seht ihr das hier? Das ist eine Zylinderrose. Zwei, zwei, sechs. So, Frage. Ist das ein Tier oder eine Pflanze? Ein Tier. Wer ist für eine Pflanze? Wer ist für Pflanze? Das ist für eine Pflanze. Das ist für eine Pflanze.